Ihr Lieben, wir sind unterwegs, weiter im Hotel. Und hier wird gleich gerockt, wurde uns versprochen. Naja, das heißt ja eigentlich, dass es... Hier ist der Hintereingang offen. Schau einer an. Ah, der Hintereingang. Dass wir jetzt gleich die Serienlage anmachen müssen. Ja. Warum müssen wir das eigentlich machen? Weil wir so cool sind. Hier ist ein Feuerteufel, pass auf. Hallo Feuerteufel. Ich hab ihn weg, Schnetzel. Weg, weg, weg. So, du auch. Du gehst da auch rein in das Feuer. Geh da rein. Der will nicht. Der will nicht. Jetzt ist er drin. Warte, hier gibt's noch. Köffersä. Köffersä. Die hab ich schon. Wir müssen dahinter, ja? Genau. Ach man. Was denn hier? Achso. Ah, hier geht's auch runter. Okay. Wo bist denn du? Bist du obkalt? Na. Na? Würde ich ja gerne, aber... Dann schimpfst du mich wieder. Achso. Ja, das stimmt. So, ich brauch dringend ne Pistole. Leute, ich brauch ne Pistole. Oh, schöne Autos. Ja. Achso, jetzt sind wir ja wieder hier. Na ja, gut. Ja, ja. So, wir gehen jetzt wieder rein in den Ballsaal. Ich würd gerne einmal im Ballsaal noch eine Runde laufen, weil ich hab nur noch ein Medipack und ich weiß, dass es da immer welche... Also damals bei Brauzilla gab's da ganz viele. Wirf die Mucke an. Okay, da haben wir noch Zeit im Moment. Ja, hier gibt's Medipacks. Genau, wir müssen das ja nicht sofort machen. So, was haben wir noch Schönes hier? Genau, hier gibt's einiges. Proteinriegel. Proteinus Riegelus. So, Medipack. Yes. Hier, gell? Hier ist ein Fenster jetzt kaputt. Da werden bestimmt jetzt auch gleich welche reinkommen. Okay. Nur für dich so zur Info. Was ist mir los? Medipack, Medipack, Batterie. Ach, da ist ein Kabel. Ich werde hier schon mal alles vorbereiten für die große Party. So, ich hab wieder alle Medipacks. Ich bin wieder voll. Was ist das? Das brauch ich nicht nehmen. Hier ist noch Breibstoffkanister. Noch einer? Ja, da oben steht noch einer. So. Genau, und du nimmst die Batterie und ich schalte den Beat an, oder? Los. Achso, ich warte auf dich. Ich warte, ja, ich bin da. Oh ja, geiler Beat. Latt uns tanzen, tanzen den ganzen Tag. Oh yeah. Ja, kommt schon einer? Da kommen mehr als einer. Los, tanzt ihr, Narren. Der König hat Laune. Oh, das ist ein Explosierer. Achtung. Achtung, war schon zu spät, aber gut. Schreckt, ist schlecht. Oh, da kommen ganz viele. Gibt's hier noch irgendwo Sprit? Ich sehe, du machst das schon. Zack. Ein kleiner Schockmann. Geh, au, 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 au. Mach nicht sowas mit mir. Geh weg und... Au, 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 au. Der ist immun gegen mein Aua. Schockmann. Schockmann. Ja, komm, 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 komm. Die Huppen zermanscht. Komm, du auch noch. Es ist eine Schockmann. Du hast immer noch nicht geschickt. Nein. Wenn du auch nicht gewusst hast, ist es. Die Huppen zermatst. Das ist ein Schockmann. Der ist ein Schockmann. Der ist ein Schockmann. Der ist ein Schockmann. Aufstehung. Mhm. Mhm. Geht zum Pool. Na dann. Aber das ist doch nicht wieder dieser Pool, dieser Jenner-Pool, der so... Der blöde Pool ist das. Der so voller Gift war, oder? Ja, ich befürchte es. Vielleicht haben sie ja mittlerweile das Wasser getauscht. Ich weiß es nicht. Meinst du? Elektronik-Teile, bitte. Oh, servus. Aber da gab es eine Werkbank, das weiß ich. Aber ja, stimmt. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. So, hier drüben müssen wir eigentlich lang, aber wir gehen mal kurz hier durchschauen. Wir hoffen ja immer noch auf viel Munition. Hier liegt irgendwas rum. Der Drecksjob liegt hier rum. Naja. So. Oh, hier ist noch die Kiste. Die hatten wir ja schon beim letzten Mal genommen. So. Da sind wir schon beim Pool. Oh, hier ist natürlich wieder die Hölle los. Das ist ja klar. Aber bei mir war da wieder was drin. Und zwar echt was Tolles. Bei mir wieder ein Golfschläger. 223. Warte, ich muss noch mal was weglegen. Mhm. Ich glaube, die Poolparty ist heute wirklich gut besucht. Oh, Mann. Hier kommt schon der erste Gast. Oh. Neuer Gast, neue Runde. Äh. Die Schreier. Na super. Äh. Du irres Vieh. Oh, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFThF G'e weg. G'e einfach sterben. So, möschst du? Kleines, mieses Stück. G'e sterben. So. Oh. In performing the science. Ah. By that you mean boot hamheads into the pool? If you wouldn't mind. Irgendwo schreit da noch einer. Ja, die ist gerade gefallen. So, weggemanscht. Oh, ich habe einen Hummelmann, einen Hummelmann. So, Moment. Boah, das wird ja immer mehr hier. Oh, ich habe einen Hummelmann. Oh, ich habe einen Hummelmann. Auf zu schreien und schrei ich mal. So sieht es aus. So sieht es wirklich aus, ja. Das sind zwei Hummelmatter, oder? Ja, weiß nicht. Ich mache sie alle tot. Ich habe die alle weg. So, weg mit dir. Lump. Hui. Nimmt es auch mal irgendwann wieder ein Ende? Nein. Nein. Es geht jetzt immer so weiter. Oh. Na, komm jetzt. Stört halt. Oh, ich bin boot. Was? Ja. Oh, Jesus. Weiß nicht, ob mir Jesus da jetzt helfen kann. Hast du gerade Zeit, oder nicht? Ich habe gerade meine Zeit. Okay, nee, dann komme ich nochmal wieder. Bin ich ein sogenannter Wiedergänger. Ich bin gestorben. Aber das macht ja nichts. Denn wir sind sofort wieder zurück. Ja, ich komme. So, du kriegst das. Und du kriegst auch was. Amazing. So, ein Fläschchen für mich. Was sagt er? Oh. Ich habe mich geduckt. So. Das hört auch nicht auf, ne? Was? Chemikalien, Nagelmagazin. Ich finde so viele Nagelmagazin. So. So, jetzt erst mal alles aufsammeln, was hier so rumliegt. Die Party schon vorbei, oder was? Oh, Klauhammer mit 238. Aha. Ich habe auch so einen Kuhiri. Kuhiri-Dink. So, wir gehen erst mal zur Werkbank, würde ich sagen. Darf ich auch noch alles aufsammeln? Nein. Ihh. Oh. Schau mal. Oh. Oh, in den Laden. Guck mal, hier gibt es sogar Bedienung. Nein. Dann komme ich aber auch gleich. Kommt ihr raus, oder soll ich reinkommen? Ich glaube, die kommen raus. So. Oh, jetzt ist ja alles voll. Hopp. Sag mal, hörst du mal auf? Hier wird bezahlt. Freundchen. Da ist noch einer neben dir. Wo? Ja, da. Zombiesichere Kiste. Ein Rechen. Ah. Militäraxt. Okay. 236. Mann. Okay, was, was, was? Müssen wir eben schauen, ob ich hier was... Oh, ja, das Juri, Juri, Mori mache ich weg. Hm. Komm, das brauche ich auch nicht mehr. Und das auch nicht mehr. Ich muss ein bisschen was mitnehmen hier tatsächlich. Bin der Rächer mit dem Becher. Und der ist selten. Warum ist der selten? Was hat der Tolles? Der hat noch gar nichts. Vielleicht können wir da mal schnell rüber zur Werkbank. Na klar. Gern. So. Oh. Oh. Pam, 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 pam. Oh. Oh. Auch keine Batterie. Ich brauche hier etwas anderes Schönes. Das ist eine Katastrophenkiste. Eine Breithacke. Okay. Dass es hier nicht alles gibt. Ich will das da unten einsammeln. So. Was habe ich? So. Wie viel Geld haben wir denn? Oh, ich muss ein bisschen reparieren hier. Ja, ich auch. Eine super coole Axt. Tja, herstellen. Ich kann. Wie kann ich herstellen? Ja, Munition leider nicht. Leider nicht. Drei von Mods. Fünf Vorteile herstellbar. Okay. Na ja, das ist doch schon wieder. Warte mal. 251 Schaden. Okay. 251. Okay, wenn ich die ein bisschen upgrade. Den super coolen Haken. Auf Elektro oder Feuer. Komm, wir machen mal Feuer. Dann machen wir Gliedmaßenschaden und Haltbarkeit. Und dann machen wir noch Verstärkung. Okay. Dann habe ich einen Haken mit 290 Angriffskraft. Ist das cool? Das hört sich ganz schön cool an. Das hört sich erstmal nicht schlecht an. Machen wir das mal so. Die Waffen kann ich im Moment sowieso nicht wirklich benutzen. 12 Schuss. So süß. Da habe ich gar keine Munition mehr. Aber ich habe ein Rechen. Da kann ich mich jetzt rechen. Aber 290? Das ist doch schon. Kann man schon machen. Leider gibt es hier keinen Lagerschrank. Ja, sehr schade. So ein Quark. So. Ja, wir sollen triumphierend in den Ballsaal zurückkehren. Jawohl, das machen wir. Triumphierend, dann hüpfen wir. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Na, 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 na. Da, na, 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 na. Triumphiere, triumphiere, triumphiere. La, na, na, na. Juhu, juhu. Sind wir da richtig, ja? Hier liegen überall Päckchen rum. So toll, wir sind so toll. La, na, 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 na. Ich glaube, das meint er nicht mit triumphieren. La, na, 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 na. Wir sind so gut, wir sind so gut. So, wo ist er denn? La, na, na, na. Da oben. Da. Bist du bei mir? Ich bin sowas von, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber gerne. Ja, gerne geschehen. Wir kriegen was, wir kriegen was. Oh, was haben wir denn gekriegt? Oh, eine X-Bombe habe ich bekommen. Oh, die Mucke läuft. Neues Wurfgeschoss. Ja, X-Bombe. Zeitzünder. Wenn hier noch die Mucke läuft, kommt dann jetzt gleich wieder? Ich weiß noch nicht. Komm, wir testen mal dieses bombige Ding hier. So. Aber es kommt ja gar niemand. Obwohl die Musik läuft, ne? Was für eine traurige Gesellschaft. Hey. Dann gehen wir. Wo gehen wir hin? Bereit. Ach so, warte mal. Wir könnten jetzt noch mal diesen sauberen Klau probieren. Willst du den wirklich machen? Schaffen wir das schon? Ich habe keine Munition. Ach so, du hast ja keine Munition. Ich habe keine Munition. Na, dann gehen wir nach Santa Monica. Denke ich auch, ja. Nee, ich habe echt keinen Schuss mehr. Das ist ja wirklich furchtbar. Hallo? Was war das? Oh, hier ist einer. Oh, Malmi. Äh, Malma. Wie wär's, wenn du dein Ding mal ausprobierst? Ach ja, das könnte ich tatsächlich machen. Na, nimm mal. Passiert gar nichts. Doch, Säure. Also, das ist so ein Säure-Ding. So, komm. Noch ein bisschen. Schnitzel, Schnetzel. Ja, auch noch ein bisschen Schnitzel. Komm. Was ist denn hier los? Sag mal, hast du die alle angemacht? Nein. Das war deine Musik. Ich habe damit nichts zu tun. Mein Inventar ist schon wieder voll. Na toll. Esst mal was. Los, iss mal was. Und esst noch mal was. Und wir gehen zurück zu Emma. Esst noch mal was. Ach, gehen wir zu Emma? Ja, wir sollen die auf die Reise vorbereiten. Auf die große, lange Reise. Komm, wir bereiten die Reise vor. Legierung, Legierung. Tschüss, Balsal. Tschüss, Balsal. Hoffe, wir sehen uns wieder. Guck mal, da sind. Warte, stopp. Bleib stehen. Die futteren gerade, oder? Die essen gerade. Das war jetzt sinnlos. Ach, komm, der Nächste. Der hat Schlüssel verloren. Wer? Schlüssel des Militärkuriers. Oh, das ist gut. Wo ist denn der Militärkurier? Den werden wir schon noch finden eines Tages. Was ist denn mit dir? Ach, der ist durch die Wolke gestorben. Das tut mir leid, mein Freund. Kriegen wir da auch Schaden? Nein, nicht wirklich. So, wir müssen hier lang. Komm. Komm, se. Komm, se. Wer ist der? Der ist was für dich. So. Du hast ihn geteilt. Ich habe ihn angezündet. Ach, wie schön. Ja, aber selbstverständlich. Oh, hier ist ein Mauler. Ein Maultyp. Ah, nimm. Das hat es mir gleich umkauen, gell? Das hat es mir gleich umkauen. Nein. Au, au, au. Schau mal, ich habe eigentlich eine Säure-Axt jetzt. Ob er die vielleicht auch nicht so gern mag. Ups. Ich mag das. Oh. Oh, tschüss, du Vogel. Also, die Giftgas-Dinger, die sind schon richtig gut. Also, mal ganz ehrlich. Äh, ich habe eine Gift-Axt übrigens, gell? Die hatte ich ja schon. Die hatte ich schon. Nein, die kannst du gar nicht gehabt haben. Die hatte ich ja damals schon bei dem Boss gekriegt. Hier gibt es noch lecker Happa-Happa für uns. Oh, da ist noch so ein Dicki. Muss mal eben schauen, ob ich noch irgendwo... Ja. Das ist ein Spucker. Vielleicht ist für den jetzt Gas gar nicht so toll. Hauen wir mal. Da hinten ist noch einer. Ach, das ist ein Schlurfer. Hat sich ausgeschlurft. Da. Der kugelt noch hier, oder? Der kugelt das? Der kugelt. Der kugelt. Der Kopfkugel. So, wo ist mein... Oh, da ist mein... Rächen. Da können wir uns rächen. Hm. Ist schon weitergegangen ohne mich. Na ja. Ich trau mich das. Ist aber auch nicht nett, ne? Das macht man eigentlich nicht. Ach, lass mich doch auch mal. So. Und hinter dir den magst du nicht. Nee. Er kann mich mal kreuzweise... Warte mal, ich habe Gewehrmunition bekommen. Was? Ich möchte auch... Ich habe schon drei Schuss verschossen. Ah, was ist denn hier los? Na ja, ich habe dich gerettet. Was soll wohl los sein? Das ist nett. Also du bist wirklich eine der nettesten Rettarinnen, die ich kenne. Mhm. Würde ich auch sagen. So, dann müssen wir hier hinten wieder lang. Genau. Och Mann. Das ist aber friedlich hier heute. So, Schlurfi. Renn, Schlurfi. Der geht auch ein bisschen hier, ne? Oh. Warte mal. Hier ist was los. Was ist denn da los? Da kommen ganz viele. Ich rag sie alle zusammen. Warum stehst du eigentlich jetzt wieder auf? Oh, da ist wieder ein Mauler dabei. Ähm, 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 ähm. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Moment. Ich muss mich kurz impfen. Impf dich mal. Oh, da ist ein großer. Ja, 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 ja. 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 Oh, Leute. Das ist mir etwas zu hot hier. Oh, ich bin tot. Keine Munition, keine Munition. Du bist beschäftigt, ne? Bisschen. Okay. Nee, dann beschleunige ich das hier mal. Da muss ich ja nicht warten, bis du kommst, weißt du? Nee. Mal mal Muffi. So, das kann ich auch, mein Freund. Mann, 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 Mann. Das ist eine Action hier. Ich sag's euch, Leute. Da hinten bist du? Ja. Guck. 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 Da kommen noch welche. Das ist ein Brenner. Wollen wir den löschen hier, wenn man hier hingeht? Dann löscht der sich doch, oder? Er kommt zu dir. Er mag dich. Er hat ja keinen Kopf mehr. Tschüss. Oh. Wo kommt der her? Ich wollte gerade auf dich losgehen, ne? Nee, das werde ich nicht zulassen dürfen. Guck mal, hier ist doch wieder was los. Hier ist ganz schön was los. Kopf verloren. Wo ist denn mein Haken? Ach, da. Du hast echt genug Munition, oder? Ich hab mir gerade Pistolenmunition wieder gemacht. Boah. So, du brennst in Ruhe. Oh, das ist doof. Das war gar nicht so schlau jetzt, gell? Oh, ich geh lieber weg. Hier knallt's gleich. So. Gehen wir nochmal zur Bank, oder willst du durchgehen? Wir gehen nochmal zur Bank. Warte mal. Ja? Ohne Kopf laufen sie immer nicht mehr so weit. Welche Alarmanlagen-Auto-Karren ist denn das? So. Weg das Ding. So, dann gehen wir nochmal zu der Bank. Zu der Bank. Ist das schön, oder? Ja. So, Rapparieren. Und das Humi-Kamamori. Witzig. Ich kann leider nicht mehr machen. Ach, diese coole Heugabel hier, das ist natürlich auch was Cooles. Weißt du, was das Coole ist? Ja. Die Munition kostet kein Geld. Naja, die kostet ja nur Teile, das ist schon richtig. Die kostet nur Teile, ja, genau. Also, Pistole kann ich mir ja hundertmal machen. Hundert. Hunderte. Nein, so viel kann ich nicht tragen, aber... Du bist hier wieder gut beschäftigt, sie. Oh, das ist ein Bomber. Oh, der explodiert gleich. Oh Mann, komm, wir gehen schnell weiter. Das ist einfach zu gefährlich mit dir hier. Ja, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wieder Dani versucht, mich zu töten mit irgendwas. Ich? Nein, was denn? Ich befreie dich die ganze Zeit. Die kommen immer von hinten und ich rette dich immer zu. Genau, in der nächsten Folge werden wir Emma davon überzeugen, dass hinten der Berg brennt. So sieht's aus. Genau so sieht's aus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.